So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Guckt euch mal das schöne Bildern. Ist das nicht schön, wie herrlich das doch aussieht? Ihr habt hier oben einen Blitzer, ihr habt hier ein... ...ein Abo von Drip Schön. Verfolgt dich jetzt. Dankeschön, Drip Schön. Äh, schönen Drip noch hier wünscht auf jeden Fall. Ihr habt hier einen Felinara sitzen, ihr habt hier einen Evoli sitzen, einen Flammara, einen Fulipurba. Ihr habt hier einen Glaciola, was irgendwie gerade den Baum kaputt macht. Alter, ist das nicht richtig im Kopf oder was? Dreh das denn komplett durch und was ist das überhaupt? Da spritzt jemand dem Flammara ins Gesicht. Und wenn wir das mal hier rüberziehen... Ne, nicht das, das ist das falsche Moment. Wenn wir das mal hier rüberziehen, seht ihr auch, was sich dahinter verbirgt? Psyaner nach Tara und Aquana. Und eigentlich stört das Aquana den Frieden dieses Bildes. Denn es greift einfach Flammara an. Mit Wasser. Auf Feuer. Das heißt, es ist sehr effektiv. Das stirbt hier unten einen qualvollen Tod. Und es interessiert keinen. Weil das Fulipurba guckt nach der Schnecke. Das Glaciola macht den Baum kaputt. Das ist wahrscheinlich genauso geisteskrank wie Aquana. Das heißt, alles was blau ist, ist böse und gehässig. Merkt euch das. Wir können aber... Guck mal, wenn wir das Bild so gemacht hätten, dann denkt man, ach wie schön. Guck mal, da oben die drei und die zwei. Die sind noch friedlich wenigstens. Das süße Aquana spritzt mit Wasser. Das andere macht immer noch den Baum kaputt. Wir lassen es aber, glaube ich mal, in der Mitte. Am Rand. Ich weiß es nicht. Wir lassen es jetzt einfach hier. Wir verdecken das böse Aquana. Das wird ausgeblendet und zensiert. Und zwar Felinara. Ist ja neu im Spiel. Ist noch gar nicht so alt. Wenn wir jetzt mal hier draufdrücken, sehen wir, wenn ich fehl eingebe, dass wir hier letztens ein Felinara entwickelt haben. Und zwar haben wir ein 100%iges Felinara entwickelt und haben es direkt auch auf Level 50 gezogen. Den Spaß haben wir uns mal erlaubt. 3470. Wenn ihr euch jetzt den Pokedex-Eintrag anguckt, seht ihr aber, da fehlt ja noch ein bisschen was. Wir haben jetzt ein männliches Felinara entwickelt. Ich möchte aber immer alles haben. Das heißt, ich möchte auch das weibliche Felinara haben. Ich möchte das Shiny Felinara haben. Ich möchte aber auch das Blumenkranz Shiny Felinara haben, obwohl das für den Eintrag hier jetzt egal wäre. Und ich möchte natürlich auch ein Lucky Felinara haben, sodass auch der Hintergrund ausgefüllt sein muss. Und das wollen wir uns jetzt alles erbasteln. Und dann kann ich euch nämlich zeigen, dass ich dann alles komplett habe. Das heißt, wir geben jetzt, äh, das war männlich, genau. Das ist auch männlich. Das ist weiblich. Das ist auch männlich. Wir entwickeln jetzt erstmal das hier. Wir haben den Namenstrick nicht mehr, denn den Namenstrick haben wir für das 100%ige genommen. Wir können jetzt aber hier für 25 Bonbons einfach ein Lucky Felinara entwickeln, was ebenfalls männlich ist, aber wenigstens den Hintergrund erleuchtet. Und wie ihr das macht, wenn ihr den Namenstrick nicht habt, wenn ihr den schon verwendet habt, ihr müsst einfach ein Eboli zum Buddy machen. Ab jetzt zählt das, wenn ihr das jetzt zum Buddy macht, beziehungsweise ab Dienstag 10 Uhr hat das gezählt, wenn man mit einem Eboli als Buddy frisch 70 Herzen dazu verdient. Wenn das ein neues Eboli ist, was ihr noch nie benutzt habt, dann ist 70 Herzen ungefähr Stufe 2. Also wenn ihr Stufe 2 bei der Freundschaft erreicht, müsstet ihr das dann zu Felinara entwickeln können. Das ist jetzt hier da als Lucky. Im Pugendeck seht ihr, wir haben jetzt... Ach, war das... Das ist schon ein weibliches, egal. Wir haben jetzt den Lucky Hintergrund ausgefüllt. Wir haben das weibliche, wir haben das männliche. Was fehlt ist natürlich noch? Das Shiny. Das könnten wir theoretisch eigentlich weghauen. Ihr seht gerade, wenn ihr viel gelaufen seid. Wenn das jetzt als Buddy angelegt wäre, Dann könnte man das jetzt zu Psiana machen, weil wir auch 10 Kilometer damit gelaufen sind. Aber zusätzlich haben wir den zweiten Entwicklungsbutton unten. Weil es kein Buddy ist, könntet ihr über den grünen Entwicklungsbutton jetzt trotzdem Flamara Aquana nach Tara... Flamara Aquana Blitzer draus machen. Aber wir haben ja extra das genommen 70 Herzen verdient, dass wir jetzt hier ein Felinara Shiny noch draus machen. Auch wieder für 25 Bonbons. Das heißt, wir haben am Dienstag direkt Felinara entwickelt mit dem Namenstrick Kira. Wenn ihr den nicht genutzt habt, könnt ihr den natürlich noch nutzen. Kira, K-I-R-A. Aber ansonsten habt ihr auch weiterhin die Möglichkeit, natürlich Felinara zu bekommen. Jetzt hier also das Shiny. Viele haben sich mit dem Namenstrick direkt am ersten Tag einen Shiny gebastelt. Kann man machen? Muss man nicht? Ich habe mir das 100er gegönnt. Und ich werde jetzt auch hier noch dieses Blumenkranz Shiny entwickeln. Das heißt, wir entwickeln nochmal wieder ein Felinara als Shiny, aber mit Blumenkranz, damit die komplette Familie voll ist von hunderter Evolis und hunderter Evoli-Entwicklungen, von Shiny Evolis und Shiny Evoli-Entwicklungen und Shiny Evoli-Entwicklungen mit Blumenkranz. Der Blumenkranz ist so unauffällig hier bei diesem Pokémon. 2400 noch was, kommt aber dann drüber, sonst wäre das vielleicht für die Hyperliga. Also es ist sehr unscheinbar, man muss es dazu sagen. Dann kann ich euch natürlich noch zeigen, wenn wir eingeben, Schilland und zusätzlich plus Evoli, zeigt uns, dass alle Evolis und Entwicklungen an in Schilland gehen auf Nummerierung. Ihr habt ja also normale Evolis, es gab ja auch ein Sea-Day damals, der zwei Tage lief. Da sind auch Blumenkranz-Evolis dabei. Ihr habt zusätzlich neben normalen Evolis und Blumenkranz-Evolis, aber auch Partyhut-Evolis in Shiny. Wir haben Shiny Aquana. Wir haben Shiny Aquana mit Blumenkranz. Wir haben Shiny Blitzer. Wir haben Shiny Blitzer mit Blumenkranz. Wir haben Shiny Flamara. Wir haben Shiny Flamara mit Blumenkranz. Wir haben Shiny Psiana. Shiny Psiana mit Blumenkranz. Shiny Nachtara. Shiny Nachtara mit Blumenkranz. Shiny Folipurba. Shiny Folipurba mit Blumenkranz. Shiny Glaziola und Shiny Glaziola mit Blumenkranz. und jetzt Shiny Felinara und Shiny Felinara mit Blumenkranz. Das ist meiner Meinung nach wirklich einfach eine noble Sammlung. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie das bei euch aussieht. Habt ihr auch alle Evoli-Entwicklungen als Shiny Blumenkranz? Das würde mich interessieren. Wer aus der Community, wer von den Zuschauern hat auch so eine Sammlung, hat auch alle Blumenkranz-Shiny-Entwicklungen jetzt parat, jetzt zusammen. Gibt es denn noch wer? Bin ich damit alleine? Ist das was Besonderes? Ist das nichts Besonderes? Viele sind natürlich auch durchs Tauschen entstanden, muss man zugeben. Aber dafür ist die Tauschfunktion ja auch da. Dafür hat man Kontakte, Freunde, sonst was. Es gibt immer was, was der eine braucht, was dem anderen nichts wert ist, was der aber möchte, was derjenige hat. Und ich fand es auch richtig cool. Ich habe eben im Stream auch schon ein Video gezeigt damals. Alle fünf Shiny-Entwicklungen von Evoli. Das Video ist vom 16.08.2018. Das ist jetzt fast drei Jahre her. Ihr seht, das ist die Nummer 6. Das ist ganz frisch auf dem Kanal gewesen. Das sieht so schrecklich aus in dem Video, was ich da mache, wie ich da rede und überhaupt. Aber ich habe damals das erste Mal alle Shiny-Evoli-Entwicklungen geholt. Wir haben uns nach Tara geholt über Nacht. Wir haben dann ein erlaufenes Evoli genommen, haben das entwickelt, haben einen Psyaner rausbekommen. Und dann war es ja... Da ging es ans Eingemachte, denn ihr musstet Aquaner, Blitzer und Flammarer bekommen. Und die sind einfach nur zufällig, wenn ihr die Namen schon verwendet habt. Und das war bei mir wirklich zufällig. Ich habe ein paar Evolis gehabt, das war jetzt nicht das Problem. Aber dieses Wort direkt stand dafür einfach, ich habe wirklich direkt alle bekommen. Ich habe das erste Shiny entwickelt. Es war ein Flammarer. Das erste ist, wie gesagt, egal. Ich habe das zweite entwickelt. Habe gehofft, dass es kein Flammarer wird. Es wurde ein Aquaner. Und das ist dann also das Schwerste, wenn ihr schon zwei von drei habt. Ich habe dann das dritte Evoli genommen. Wieder das WP-Höchste. Und es wurde direkt Blitzer. Das heißt, es ist kein Fake-Titel. Da wurde nicht geklickbaitet sonst was. Direkt alle fünf Shiny Evoli-Entwicklungen. Und jetzt haben wir eben nicht nur fünf. Jetzt haben wir sechs, sieben mit Vollipurber und Glaciola. Und wir haben auch die Nummer acht mit Filinara. Sie sind also alle wieder vereint. Alle hier zusammengeführt. Alle mit Blumenkranz und auch alle ohne Blumenkranz. Und auch alle als Hunder da. Wie sieht es bei euch aus? Was fehlt euch noch? Was braucht ihr noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was sagt ihr zu diesem schönen Hintergrundbild? Ist das eine Scherlik, ne? Guckt euch das nochmal an. Wir können das ja auch einfach ganz wegnehmen. Dann könnt ihr das nochmal in Ruhe genießen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.